Ich bin so müde. Da schon mal seit dem Filmen, ja, hauts andere. Haben wir jetzt mal wieder geprobt, Kinder. Ich bin so müde. Ich hab locker, Alex, drei Lieder. Da hab ich gespielt durch, ohne Pause. Hochverehrtes Publikum, freuen Sie sich nun auf mindestens 120 Sekunden realitätsnahe Emotionen, halb ernst gemeinte Charakterstudien und angetäuschte Glücksfähigkeit mit ein wenig Glück auch live aus dem Proberaum. Wir wünschen leckere Unterhaltung. Ich kann nämlich, ich hab nix mehr, nix mehr, nix mehr gemacht. Das letzte Mal, dass ich den Bass in der Hand gehabt habe, das war auf dem Weihnachtsfest. Ja, wir haben auch ein Wappeln, die ich nicht habe. Weil sie, weil, ja, also, die wollen nicht wirklich anfangen, jetzt. Die reden und retten und retten, dass sie nicht das Neue machen. Ja, doch nicht, ich weiß das. Manche, das macht nur Kopfweh. Wenn man ein Problem hat im Leben, was macht man dann? Diskutieren. Nein, man guckt im App Store, ob es so für was Technisches, ob es eine Lösung gibt. Und das machen die, ja. Die sagen, ah, wir müssten ja eigentlich noch proben, die neuen Lieder sind echt kompliziert. Ja, lass uns mal lieber über Verstärker reden. Okay, wo sehen wir uns? Wir sehen uns. Heute Abend? Nee, heute Abend sehen wir uns nicht, weil es ist ausverscharft. Achso, ist in der Bach. Abendkasse, Abendkasse, Abendkasse. Nee, ist ausgericht. Es gibt noch vier, fünf Karten in Abendkasse. Vier, fünf Karten. Ihr, die ihr jetzt gerade zukommt, ihr vier, fünf, die noch keine Karte haben. Wenn ihr bis jetzt noch keine Karte habt, braucht ihr Anime gucken. Okay, brauchen wir Anime gucken. Alle anderen sehen wir uns. Aber alle anderen, nein, Quatsch, das wäre schön, wenn ihr kommt. Aber wir sehen uns, wo sehen wir uns? Das ist bei Kandel, ne? Ja. Erlebach bei Kante. Erlebach bei Kante. Und dann auch ist es in Landau. Geil. Entschuldigung. Ja, es war mal gut, dass du das gesagt hast. Ja? Nachdruck. Da ist es gerade noch mal der Hach. Nein, das ist so. So, kennt ihr bitte gerade noch einmal das, was ihr gerade eben diskutiert habt? Kennt ihr das gerade noch einmal? Nee, das war geheim. Das ist Gitarren. 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 Achso. Hör auf mit dem Scheiß. Aber dann sehen wir uns, entweder heute Abend oder links. In Erlebach oder in Landau dann. Spätestens in Landau. Tschüss. Warte, ja? Die habe ich in Zeit neun. Jetzt darf ich jetzt mal ehrlich, was hast du schon mit deiner Stimme geschafft? Du armer Kerl. Du armer Kerl. Wieso? Ja. Jetzt ist sie wieder normal. Gott sei Dank. Ich habe vorhin schon gedacht, er irgendwas ist. Ich habe mich verschluckt oder so. War das ein Frosch? Es war ein Frosch. Frosch, ich verkehlt, mein Freund. Es ist auch kalt. Guck mal, es schneit. Es ist unglaublich. Es ist eine Probe am Schnee. Guck das mal. Pass nach auf die Schuf, mein Freund. Wenn es nur Schnee ist. Nein, das Koks, was man noch hat. Schau uns nicht. Alex, er denkt, es wäre Koks. Was? Okay, alles gut. Er ist doch fast aktiv.